Liesel Westermann-Krieg ist eine ehemalige deutsche Leichtathletin und Olympiamedaillengewinnerin, die in den 1960er und 1970er Jahren für die Bundesrepublik Deutschland startend zur Weltspitze im Diskuswerfen gehörte. Leben und Beruf Liesel Westermann-Krieg studierte an der Pädagogischen Hochschule Göttingen Grund- und Hauptschullehramt und qualifizierte sich an der Sporthochschule Köln als Diplomsportlehrerin. Sie arbeitete als Gymnasiallehrerin an verschiedenen Gymnasien in Nordrhein-Westfalen als Sport- und Gemeinschaftskundelehrerin sowie in der Schulverwaltung. Sie ist seit 1978 verheiratet mit dem Diplom-Volkswirt Leif-Oskar-Peter Krieg und hat vier Kinder. Nach vielen Jahren in Leverkusen zog sie Anfang der 1990er Jahre nach Sullingen. Die Versetzung aus dem Schuldienst an das Kultusministerium in Niedersachsen erforderte einen Umzug nach Hannover. Dort war sie als Referentin für Schulsport und Gesundheitserziehung im Range einer Ministerialrätin bis zu ihrem Ruhestand 2009 tätig. Sie engagierte sich vor allem für mehr Sport im Kindergarten und Sportkindergarten und führte in Niedersachsen flächendeckende Fitnesstests in den Schulen und mit diesen eine Fitnesslandkarte des Bundeslandes ein. Leicht Athletik Karriere Liesel Westermann startete für TUS Sulingen, Hannover 96 und für den TUS 04 Leverkusen. Ihr Jugendtrainer war Bruno Vogt, ihr Trainer in Leverkusen war Gerd Osenberg. In ihrer aktiven Zeit war sie 1,72 Meter groß und wog 75 Kilogramm. Von 1963 bis 1976 war sie zehnmal deutsche Meisterin im Diskuswerfen. Eine deutsche Meisterschaft im Kugelstoßen und in der 4x100M-Staffel mit Hannover 96 sind weitere erwähnenswerte Erfolge. Bei den Olympischen Spielen 1968 gewann sie die Silbermedaille mit 57,76 Meter hinter der Rumänen Lia Manoliou, die mit 58,28 Meter einen neuen Olympischen Rekord aufstellte. Weltrekorde Mit 61,26 Meter warf sie am 5. November 1967 in Sao Paulo als erste Frau über 60 Meter. 1968 und 1969 verbesserte sie noch dreimal den Weltrekord bis auf 63,96 Meter. Weitere Erfolge bei internationalen Höhepunkten 1966 Europa-Meisterschaften Platz 2 1968 Olympische Spiele 1968 Platz 2 1971 Europa-Meisterschaften Platz 2 1972 Olympische Spiele 1972 Platz 5 1974 Europa-Meisterschaften Platz 7 Politik Politik Liesel Westermann-Krieg ist Mitglied der FDP und kandidierte in den 1990er Jahren für den Bundestag, den Nordrhein-Westfälischen Landtag und 1999 für das Amt der Bürgermeisterin in Remscheid. In den 1990er Jahren leitete sie die Bundessportkommission der FDP. Ehrungen Liesel Westermann-Krieg ist Trägerin des Silbernen Lorbeerblattes und des Verdienstordens des Landes Nordrhein-Westfalen. 1967 und 1969 war sie Sportlerin des Jahres in der Bundesrepublik Deutschland. 1967 ernannte das US-amerikanische Fachblatt Women's Track & Field World sie außerdem zur Weltleichtathletin des Jahres. 1969 wurde sie von der Internationalen Sportpresse zur Weltsportlerin des Jahres gewählt. Für ihre Verdienste um den Sport in Niedersachsen wurde sie in das Ehrenportal des Niedersächsischen Sports des Niedersächsischen Instituts für Sportgeschichte aufgenommen. 2011 wurde sie in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.